Hallo Freunde des gepflegten Lärms, heute wieder in einer altehrwürdigen Kulisse. Kennt ihr vielleicht von den ersten monumentalen Talkshows. Das war so mein Außenstudio oder beziehungsweise das erste Außenstudio, das ich hatte. Immer wenn ich keine Lust hatte im muffigen Bunker zu hocken, bin ich hier ausgewichen. Da sieht man im Moment nur eine Steinwand und das Grün fehlt und hier liegt überall Müll rum. Also wir sind hier an einem Ort, an dem man sich wohl fühlt. Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode unserer Kultalben und wurde auch schon in den Kommentaren gefordert von euch. Heute wollen wir mal einen Blick werfen auf das Album Angel Witch von Angel Witch. Angel Witch kam im Dezember 1980 bei Bronze Records raus. Aber es war nicht die erste Veröffentlichung von Angel Witch, sondern die hatten vorher auch schon auf diesem legendären Sampler von Amy den Song Baphomet drauf, der hier jetzt nicht drauf ist. Und auf diesem Metal for Mutas, diesem legendären New Wave of British Heavy Metal Sampler von 1980, sind auch die ersten zwei Lieder von Iron Maiden drauf. Und zwar Sanctuary und Wrath Child. Und Brain Mantis ist drauf. Wirklich ein ganz, ganz legendärer Sammler einer frischen, neuen Bewegung. Und Angel Witch ist einer der Publikumslieblinge, sag ich jetzt mal, der frühen Heavy Metal Bewegung, der frühen 80er New Wave of British Heavy Metal Bewegung, die ja frisch war. Kevin Hayworth, ne Hayburn, ich sag immer Hayworth. Kevin Hayburn gründete 1977 mit ein paar anderen Jungs die Band Lucifer. Und Lucifer ist ja auch derjenige, die sich mit so den Bands auseinandersetzen, die jetzt wieder so 70er Jahre Okkultrock machen. So ist ja ein Begriff. Lucifer ist mittlerweile eine relativ feste Größe in diesem Retro- oder Vintage-Rock-Milieu. Und der Begriff, auch wenn man es glaubt, wenn man es nicht glaubt, Lucifer ist ja so ein Allerweltsname, kann man sagen, also auf den kommt man halt schnell, wenn der wieder frei ist. Aber die Band Lucifer selber sind tatsächlich, haben sich so genannt als Reminiszenz auf Angel Witch, die zunächst erst eben Lucifer hießen. Und Kevin Hayburn war eben, hat sich irgendwann 1977 gefragt, so warum die Leute alle nur über Liebe schreiben. Die großen 70er Jahre Bands, David Cavadale, Die Purple, The Zeppelin, da ging es ja immer um Liebe und Erotik. Und weiß der Kuckuck, war es hauptsächlich um Liebe. Liebeslieder sind wahrscheinlich das dominierende Gebilde der Musik überhaupt. Und er hat gesagt, nee, er steht auf Horrorfilme, er hat viele Bücher über Okkultismus gelesen. Und dann hat er natürlich diese Vorliebe, jetzt donnert es, es regnet wahrscheinlich gleich. Dann muss ich abbrechen, falls es regnen sollte, damit mein Equipment nicht nass wird. Aber ich versuche das jetzt nochmal durch, so weit zu kommen, wie ich kommen kann. Und Angel Witch, ja, gelten neben Diamond Head oder den frühen Iron Maiden als in diesem Pulk an ganz, ganz vielen Bands, als ziemlich eigenständige und technisch auch großartig versierte Band. Wenn wir von der New Wave of British Heavy Metal sprechen, dann sprechen wir, und das ist ja das Interessante, wir sprechen ja nicht nur von 20, 30, 40 Bands, die sich versucht haben, und die wenigsten haben es überhaupt dorthin gebracht, ein Album zu veröffentlichen, sondern wir reden von, haltet euch fest, 300 und 500 Bands, die zu dieser Zeit, Anfang der 80er, versucht haben, etwas von diesem Kuchen sozusagen abzubekommen. Und, so, hier machen wir die Band, das ist die 30 Jahre Sonderedition sozusagen hier. Kevin Haberl und so weiter, die Jungs. Dann haben wir hier schön natürlich hier die Tarot-Karte, die Nummer 13, ist eigentlich der Tod. Hier steht Loser drunter. Wunderbar. Und hier haben wir natürlich den Baphomet. Den sieht man dann am Anfang öfters auch bei Witchfind und bei Venom und alle, die sich früher dann mit den okkulten Texten auseinandergesetzt hat, sieht man diesen Baphomet von Eliphas Levi, der da ziemlich berühmt geworden ist. Diese, ja, Teufelsfigur, sagen wir jetzt mal, diese okkulte Figur mit den Pentagrammen und aus verschiedenen Mythologien zusammengeklauten Engelsflügeln und dem Schneidersitz und weiß, da gucke ich, was hindeutend auf diese übergreifende Allwissenheit des Universums. Und Angel Witch, ja, ist eine dieser Band, wo man nicht versteht, warum sie es eigentlich nicht ganz nach oben gebracht haben. Die hätten das Zeug dazu gehabt und man darf nicht vergessen, als Angel Witch sich dann umbenannt haben in Angel Witch, da hat es die New Wave of British Heavy Metal zwar schon gegeben, aber nicht den Begriff gegeben. Der wurde erst von Geoff Barton im Mai, in der Mai-Ausgabe vom Sounds, wurde der zum ersten Mal verwendet. Und der Grund dahinter ist, am 8. Mai 1979 eröffnete Angel Witch für Samson, damals noch mit Bruce Dickinson und Iron Maiden, im Music Machine in London, ein legendäres Konzert, auf dem Geoff Barton, der Musikkritiker eben war, der dann in seiner Mai-Ausgabe zum ersten Mal von der New Wave of British Heavy Metal gesprochen hat. Und jetzt könnte man natürlich meinen, das hat irgendwas zu tun mit der First Wave, die so Ende der 60er Jahre, wo der Begriff Heavy Metal zum ersten Mal benutzt wurde, um harte Bands zu beschreiben oder härtere Bands, die nicht nur vom Bluesrock beeinflusst sind. Aber, und das passt auch sehr gut, aber das stimmt nicht alleine. Natürlich gab es eine New Wave Anfang der 80er, aber worauf Geoff Barton wirklich anspielen wollte und ja auch der DJ Neil Kay, der dieses berühmte Bandwagon hatte, in dem dann eben diese fast tägliche Veranstaltung Heavy Metal Sound Tape, wo sie alle gespielt haben damals und wo dann Iron Maiden ja auch zu ihren Soundhouse-Tapes kamen. Neil Kay war ja ein großer Propagandeur, wenn es Geoff Barton erfunden hat im Sounds-Magazin, hat Neil Kay den Begriff weitergetragen und zwar, weil es damals in London oder in England hauptsächlich Punk-Clubs gab oder eben die New Wave-Musik, diese elektronische Gothic-angehauchte, wo viele Punks dann eben abgewandert sind in diesen Romantizismus und die Kids der damaligen Zeit eigentlich mit dem Punk überhaupt nichts mehr anfangen konnten oder es war nie ihre Musik gewesen, weil die Punks sich doch irgendwie, die haben sich nicht für die Musik interessiert und auch nicht für die Belange der Kids der damaligen Zeit. Das war irgendwie so ein Strohschuss gewesen. Der Heavy Metal hat das einfach viel, viel besser abgebildet, aber der war damals so uncool, als er überhaupt nur sein konnte. Die Punks wurden ja dann cool, eben auch in Verbindung mit dieser New Wave-Bewegung und daraufhin als Gegenreaktion zu diesem New Wave wurde der Begriff New Wave of Heavy Metal implementiert sozusagen und Neil Kay war ein berühmter DJ, der das Ganze dann propagiert hat und auch viele Bands persönlich unterstützt hat. Natürlich, wenn man damals Bands gespielt hat als DJ, hatte man ja auch so eine Machtposition, die viele Radio-DJs in den 50er und 60er und 70er Jahren natürlich auch für sich inne hatten. Also das war damals tatsächlich eine Machtposition und nicht einfach, ich mache gern Musik, ich lege gern irgendwelche Platten auf, sondern es hatte auch eine Bedeutung. Und so kam es zu dieser New Wave of British Heavy Metal Musik, die gab es ja schon länger, weil man sagte, 78 stand die in den Startlöchern, 1984 wird so meistens das Ende, 82 schon, 81 war das der Höhepunkt der New Wave of British Heavy Metal und 84 war das Ganze dann fast wie ein Strohfeuer beendet, auch wenn es da noch ein paar Nachzügler gab und dann haben sich dann eben ganz andere Spielarten, der Thresh Metal kam raus und in Amerika der American Metal bzw. der Power Metal, der originale Power Metal aus Amerika hat dann diese Fackel sozusagen aus England mit übernommen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Und es gab ja schon Bands, wie gesagt, Motorhead, Judas Priest, die sind da mit reingelaufen. Die hatten davon profitiert, die hatten ja nichts, die waren ja nicht in diesem Klüngel New Wave of British Heavy Metal, in dieser neuen Aufbruchsstimmung, sondern die sind da einfach mit reingerutscht und Judas Priest konnten das natürlich sehr, sehr gut für sich benutzen, indem sie dann das Album British Steel gemacht haben, es hat dann auch noch so geheißen. Also die haben sich das zunutze gemacht, Motorhead war es eh egal, die haben von vorne bis hinten immer nur Motorhead gemacht. Und Motorhead im Sinn, natürlich gab es da auch Strömungen, an denen Lemmy nicht vorbeikam, da gab es mal ein bisschen Thresh-Metal-Einflüsse und mal ein bisschen Hair-Metal-Einflüsse, Einflüsse. Motorhead hat nie was mit Hair-Metal zu tun. Aber wenn ich an Hellraiser denke und so weiter, die Zeit, da, ja, ein bisschen, aber Motorhead war Motorhead. Und ja, bevor ich mir jetzt schon wieder einen Wolf rede, Angel Witch haben sich dann nach diesem Album auch gleich wieder irgendwie in Luft aufgelöst, obwohl sie sehr, sehr vielversprechend waren mit diesen okkulten Texten. Damals war die Metal-Gemeinde, und das ist ja heute stellenweise wieder eine Partygesellschaft. Die wollten trinken, die wollten an der Bar stehen, die wollten mit Grill-Songs haben, die wollten einfach Party. Und dann gab es wenige, wie eben Angel Witch oder später dann Mercyful Fate und Venom und Witchfind, die die Thematiken schon ein bisschen düsterer gehalten hatten und nicht einfach nur mehr den Fun und auch soundtechnisch irgendwie, wobei Angel Witch jetzt soundtechnisch nicht wirklich düster ist, aber Kevin Hayburn ist auch jemand, der eigentlich auf der einen Seite ziemlich verletzlich singt und auf der anderen Seite aber ein bisschen so chaotisches Kreischen stellenweise mit reinmacht. Die Liedgitarren, die waren ja mal zu viert eigentlich, dann kam ihr Gitarrist nicht zu einer Show und dann haben sie zu dritt weitergemacht, weil hier werden ja auch schon die Twin-Lieds, die dann auch bei Iron Maiden prominent wurden, die waren ja hier schon vorprogrammiert und bevor sie das Album aufgenommen hatten, hatten sie eben auch mit diesen zwei Liedgitaristen gespielt und Angel Witch ist eine jener Band, die sozusagen aus dem Nichts ihren Stil entwickelt hat und das ist ja auch das, ähnlich wie Diamond Head damals auch und Iron Maiden. Damals gab es keine direkten Vorbilder, viele hatten natürlich den Einfluss der 70er Jahre, diesen Hardrock-Einfluss, diesen Brotto-Metal-Einfluss vielleicht noch für sich zu verbuchen, aber wollten was eigenes draus machen und heute oder danach, nach Iron Maiden, nach dem Erfolg von Iron Maiden und Saxon und Judas Priest, hat man natürlich ein Vorbild gehabt, dass dann sehr viele Bands danach abgekupfert, möchte ich jetzt nicht sagen, aber doch sich sehr an diesen Stil von Iron Maiden, von den Erfolgreichen eben gehalten haben. Das war zu dieser Zeitpunkt noch nicht so und deswegen hatte Angel Witch auch kein direktes Vorbild. Das ist eine der Bands, ähnlich wie Iron Maiden, die keine direkten Vorbilder auf sich ziehen können, sondern einfach unbeschwert sozusagen einen neuen Stil losbrechen. Und es gehört, auch Angel Witch gehört wie Merciful Fate, die ja gar nichts mit dem Black Metal zu tun haben, sind trotzdem Black Metal-Kreise oder als diejenigen, wo der Black Metal irgendwo sozusagen seinen Ursprung mit hat, wird Angel Witch auch immer mit erwähnt, aufgrund dieser okkulten Texte schon. Wobei Kevin Hayburn schon gesagt hat, es ging gar nicht um irgendwas, um irgendeinen Spiritismus oder sonst irgendwas. Die Texte waren einfach cool, über okkulte Dinge zu singen. Das ist ja genau das Gleiche, was Venom gesagt haben. Überhaupt alle. Es war damals ein Image, bis auf King Diamond bei Merciful Fate vielleicht, der das ernst gemeint hat, auch nachweislich. Aber es ist einfach ein cooles Symbol, teuflische Symbole, okkulte Symbole, einzuweben in die Musik. Das passt, hat eben zu dieser aggressiveren Musik- und Spielerrichtung noch viel besser gepasst, als über, da man nicht nur über Liebe zu singen. Und heute gibt es die Bands wieder. Die ist dann aufgelöst worden, beziehungsweise hat sich in Screaming and Bleeding verwandelt. Und das war dann einfach auch nichts mehr so richtig. Und es kamen dann noch zwei Alben später raus, 2012, As Above, So Below, also wie oben, so unten, der Spruch des Hermes Trismegistus, sehr gutes Album auch. Und 2019, Angel of Light. Mittlerweile ist auch dabei Bill Stier, den kennt ihr vielleicht als Gitarristen von Carcass und Napalm Death, gilt als einer der besten Heavy Metal-Gitarristen aller Zeiten. Der ist mittlerweile bei Angel Rich dabei. Und ich denke, dass wir da noch einiges von dieser Band erwarten dürfen. Und wie gesagt, das ist einer, ich habe ein bisschen gebraucht, um in diesen Stil von Angel Rich reinzukommen, weil anders wie Diamond Head, wo der, ja, das eindeutige Power-Riff, die Power-Chords im Vordergrund stehen, hat der Sound ein bisschen was Melodiöses, Vertraktes, ein bisschen was Chaotisches irgendwie auch. Aber die References sind ziemlich eingängig, wie zum Beispiel Angel Rich. Das kann ja jeder mitgrölen. You're an Angel Rich, das ist ja eine Metal-Hymne. Und ihre erste Single war Sweet Danger, eins der besten Lieder ist hier drauf, Angel of Death, für mich zumindest. Sorceress beginnt mit Angel Rich. Also es ist wirklich ein geiles Album, es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Album. Auch eine dieser Bands, wie ich es schon bei Diamond Head gesagt habe, die alles hätten werden können, aber irgendwie nichts geworden sind. Und jetzt zu später Blüte nochmal finden. Sie sind mittlerweile, ja, ich denke, da geht es auch noch weiter. Wie ja viele, viele Bands wieder ihr Revival entdecken. Bei manchen floppt das, wie zum Beispiel bei Witchfinder General, die das vor Jahren mal versucht haben, die sich gar nicht mehr angehört haben wie Witchfinder General. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die neuen Angel Rich-Scheiben hören sich auch nicht mehr an wie diese Angel Rich. Aber das ist ja klar, die Produktionstechniken haben sich verändert. Und mittlerweile kennen wir den Sound in allen Variationen. Also Heavy Metal hat bestimmt keine Lücke mehr, wo man sagt, das habe ich so noch nie gehört. Obwohl es dann immer wieder Sachen gibt, wo dann Kombinationen stattfinden, wo man sagt, das ist trotzdem mal was erfrischend anderes. Vielleicht nicht die ausgetretenen Pfade. Vielleicht produktionstechnisch, vielleicht im Songwriting. Ja, das wollte ich euch heute mal vorstellen. Angel Witch gehört auf jeden Fall in unsere Kult-Metal-Sammlung hinein. Und, ja, das Album braucht eigentlich, gehört wirklich, ich sage das ja oft mal so als Schlagsatz, aber dieses Album gehört wirklich in jede Heavy Metal-Sammlung. Es gibt ja so Dinge, die man wirklich haben sollte, egal in welche Richtung es einen dann treibt. Und wir machen jetzt weiter, also das ist Freitag, jetzt kommt ja mal wieder das Wochenende, wir machen weiter am Montag mit unserer Album des Jahres Serie von 1969 bis 2021, wisst ihr ja. Und wir sind am Montag dann schon bei 1977 angelangt. Und das Jahr neigt sich dem Ende. Und es geht jetzt langsam in Richtung New Wave of British Heavy Metal. Und bis dahin, stay tuned, mehr muss ich jetzt dazu nicht sagen. Und keep on rocking!